Mit meinen Waffen, ja. Ja. Meinen zwei Lieblings-Waffen. Hier wird Melle jetzt gleich wieder beschäftigt sein. Muss ich nicht nehmen. Die Beete, die wir haben, die reichen von... Bäh, Spinnbeben. Von und hinten nicht aus. Die blockieren sich gegenseitig. Das ist so geil. So wie wenn zwei Leute durch die Tür durch wollen und jeder will der Erste sein. Willst du da rein, Melle? Ja. Also leider gehe ich links ins Klo. Nein, du musst nicht mit dem Kopf wackeln. Aber es sieht schon gut aus. Ja, der wackelt. Nein, 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 nein. Ach, du bist am... Ach, nee. Okay, ich dachte gerade, da geht es runter. Doch, da geht es ja runter, stimmt. Aber ich muss da hinten trotzdem schon einmal hin. Okay, sie kommen. Und wie sie kommen. Jesus, da kommt doch der Nächste. Der da unten. Ob er da nicht kommt. Da kommt doch der Nächste. Hinter dir. Bam. Bam. Und einer von... Siehst du, ich könnte oben auch ganz viel machen. Hm, natürlich. Oh, ein Knüppel. Stufe 4. Wow. Badezimmer. Ja. Können wir hier noch mitnehmen? Könnt ihr Blumentöpfe rein? Wenn ihr welches seht? Ja, kann ich machen. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man da die Dinger ändern kann, nämlich. Okay. So, das eine Ding ist hier irgendwie verschlossen. Für den Ofen haben wir am liebsten. Das geht nicht, ne? Gehst du da nicht rein? Ja, ich bin gerade überleben. Mario hat ja gerade irgendwo... Ja, ich bin auf der Seite, wo es weitergeht, glaube ich. Achso. Ach, da. Ist da was drinnen? Da, wo ich jetzt aufgemacht habe, der Ding, ist da was drinnen, oder? Nö. Habe ich nichts gesehen. Wenn ja, würde ich gleich fressen. Hast du das Ding schon aufgemacht? Nein. Okay, gut. War mir hier unten schon? Nee. Okay, dann warte ich noch. Oh, in den Deckenleuchten will ich auch. Ah. Ach, du meinst den Deckenventilator, ja? Mhm, mhm. Das ist natürlich... Kann man aber leider nicht einpacken. Äh, bist du da schon rübergegangen? Achso, ja. Ja, ich dachte, ihr seid schon unten. Nee. In mir hinter dir sinkt, sind wir nicht runterglauben. Eher selten, der Fall. Ja. Äh, mach mal die Spinnenweben. Äh, soviel dazu. Warte mal, wie war das denn? Ah, zumindest Eisenbahnen kommen raus. Das ist doch schon ein Problem. Ja, ich brauche die kaputten Automaten. Wenn ihr irgendwo Automaten seht, die kaputt seid, die kann man gut für... Die kann man gut abbauen mit... Mit Dingens... Mit Stahlbahnen. Da kriegt man Stahlbahnen raus. Bitte! Oh. Hallo? Oh, schiss. Ups. Geht's dir gut? Ja. Das ist ja irgendwie ein Camping-Perry an. Wenn du uns ein bisschen überlassen. Sonst geht's nicht mehr gut. Da ist es auch. So ist da Wasser. Oh Gott. So, ihr könnt schießen. Ja, ich bin da. Ja, mach's auch mal schießen. Die tanzt mal schön, die Mutti hier. Das sind aber widerstandsfähig, hä? Hey, zwei Fertigkeitspunkte. Cool. Oh, hier ist... Ja, hier hinten ist das Dingens drin. Genau. Ja. Geh du mal weiter durch. Ja. Weiter noch. Ja. Warum sehe ich noch? Ah! Wer kommt da? Ach du! Boah! Sie! Ja, du Gottes Wille. Wer kommt jetzt daher? Next. Okay. Oh, look at you! Das ist auch ein Schlüssel. Da ist die... Da ist die Melle. Äh... So, und... Warte mal, Technik-Freak. Du machst die Robotik-Waffen, gell? Ja, für meine Fallen nachher alles. Dann kriegst du das. Ja. Aber verkohltes Wildbret kann ich doch da lassen, oder? Ja. Das brauchen wir nicht wirklich. Ja. Ja. Ja, eine Knarre, Stufe 4. Ja, eine Knarre, Stufe 4. Gut. Jemand gestorben? Nein, hier ist keiner gestorben. Wir sind alle friedlich. Außer die Zombies. Die sterben. Genau. Okay, na dann. Gehen wir raus, oder? Ja, rede mit dem Händler. Let's talk to the... Habst du den Trockner gar nicht leer gemacht, ja? Oh nein. Oh nein. Unglaublich. Ja, das geht ja gar nicht. Juteklumbe. Warum brennt da hinten was? Ach, die Luftabwehr, äh... Oh, das ist doch cool, Mensch. Da ist ein... Na, dann lass uns doch mal hin, diesen Kurs. Endlich mal in der Nähe bei uns. Wo ist mein Moped? Ja. Was? Ich so, wo mein Moped immer. Ich gucke immer oben, wo es steht, quasi, auf der... Ach, das da hinten ist unsere... Das da hinten ist unsere Kiste. Ich dachte gerade, wieso steht denn da noch einer da hinten? Ich dachte mir, ich lass euch den Vortritt. Okay, dann sammel ein. Ich bin voll. Achso, dann mach ich. Alles klar, äh... Okay, zwei Kisten, die mach ich zu Hause auf. Ja. Moment, Hunger. Ja, trink du mal. Trink du mal. Warte mal, ich könnte eigentlich... Du hast doch die AK, oder wer hatte die AK? Ich. Gut. Hast du eine Trommel-Mod schon drin? Trommel-Magazin-Mod? Die verdoppelt dein Magazin-Mod. Magazins-Vergrößerung-Mod habe ich. Und wie viel macht die größer in deiner AK? Guck mal. Die verdoppelt dein Munition, das du reintun kannst in das Magazin. Jetzt... Ich denke mal, das eine ist so die niedrige Variante mit so fünf oder zehn mehr. Und die macht noch mehr, theoretisch. Was ist denn? Zumindest soweit ich das verstehe. Passt? Genau. Jo. Ein bisschen mehr macht sie. Ach, das darf ich mal gut. Oh, jetzt geht's los. Mit was? Das war Essen, das war wieder Schlagmann und das war die Fahrzeugreserve-Tankmode. Die haben wir ja schon gelesen. Vielen Dank, trotzdem. Ein Quick-Druck für den Mario. Also Händler abgeben. Nein, das ist jetzt ganz blöd rückwärts. Quack, ich muss jetzt einfach nur rückwärts fahren und dann geht's vorwärts. Genau. 13, 12, 11, 10. Das Gute ist ja, man sieht ja trotzdem dieses Abgabeding hinter sich. Also dieses... Jetzt geht's vorwärts. Achtung. Man sieht ja trotzdem diesen komischen Abgabepunkt, also den Händlerpunkt so. Das ist ja... Schnell hin. Bevor jetzt? Nein, das sag ich nicht. Dann machen sie es nämlich. Allendlich um. Lasst ihr die Jane in Ruhe? Ihr könnt doch nicht auf die schießen da drin. Da kommt einer von da hinten. Den hab ich erwischt. Zauber. Zauber. Zumindest. Kannst auch du gewesen sein, ne? Ich hab gar nicht geschossen. Ach so. Ah, Auslöser. Erhöht die Feuerrate. Erhöht leicht den Rücksturz. Ach so, das hattest du ja schon, genau. Das hattest du ja schon, ja. Eine Mod-Kiste. Patronen-Gurten-Mod. Oh, warte mal. Für die Pistole, ja. Oh, warte mal. Und dann noch die Mod... Einzelbrecher. Den Patronen-Gurten, den musst du ja in deine Taschen reintun. Nicht in die... Genau. Oh ja, komm. Oh, endlich mal geschmiedet aus Stahl. Jetzt kann ich euch endlich auch mal geschmiedet aus Stahl geben. Schönen wir dann geschmieden nach Hause, oder? Ja, wir gehen dann nach Hause. Beinschienen. Hoffentlich passt da noch was rein. Ja. Sehr schön. Beinschienen kannst du entsorgen. Da haben wir sieben Stück da. Aber ich glaube, die werden wir eh nie alle brauchen. Äh, nee. In die Beinschen habe ich jetzt die Mod reingepackt. Ach so. Okay, gut. Alles klar. Die entsorge ich nicht. Okay, diesmal kein geschmiedet aus Stahl. Aber dann nehmen wir das Zeitschriften-Paket. Dafür habe ich jetzt gerade 25 für dich eingesackt. Okay. Ja. Du hast auch schon abgegeben, ne? Jawohl. War die erste, glaube ich. Okay. Abholen und säubern, ne? Dann machen wir das als nächstes, als morgen. Ne, morgen ist Hordennacht. Das nächste Mal irgendwann. Hm. So, dann mache ich mich nochmal voll. Okay. Dann bin ich gefüllt. Okay, aber ich kann ja Steroide nehmen. Ja, ich habe das. Ja, weil wir haben das Mofer. Was möchtest du? Je mehr kriege ich nicht rein von dem, was hier drin ist. Und hier ist das doppelt vielleicht teilweise? Nee, oder? Ja, aber teilweise sogar doppelt. Hm. Hm. Okay. Okay. Fahren wir schnell nach Hause. Jo. Jo. Jo, fangen wir nach Hause. Hm. Haben wir jetzt eigentlich alles mitnehmen können, weil ich habe ein Moped mit Platz gehabt. Nein. Ich habe bei dir mitgenommen, dann bin ich zu Strider, da war auch doppelt was drin gewesen, das habe ich noch mitgenommen, aber ich habe nicht alles. Das ist immer noch zurückgekommen. Na, hätten wir eigentlich ein Moped tun können, ne? Ja. Egal. Aber egal, wir kommen ja sowieso wieder. Eben, die wird uns noch ziemlich lange haben an meiner Backe. Meinst du? Ja. Bist du die 5, oder? Also. Ich weiß gar nicht, wie weit die Quests gehen. 5, 6. Ach, 10, 20. Verpasse. Jo. 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 Ich habe noch nie die Quests hier drin vollendet. Ja, ich glaube, wenn man, naja gut, das ist ja auch zum einen Base bauen und zum anderen halt die Quests machen und dann auch noch Munition besorgen und das machen, da hast du irgendwann nicht mehr genug Zeit. Ja. Ja, man muss immer gut einteilen, wann machst du wo was, ne? Richtig, genau. Komm, lässt du die Haustür offen? Weil ich noch komme. Achso. Genau. So wäre es vor uns gef... Ja, ich stopfe erstmal hier kurz alles rein. Jo, ja, pack rein, ich sortiere wieder ein. So, okay, dann mache ich mal die Pakete öffnen. Das mal öffnen. Oh, hier ist ein komplettes Eisen-Rüstungs-Set drin. 2-4-3. Braucht das jemand von euch? Ich habe noch Alteisen teilweise, also... Äh, genau, Alteisen-Helm, also eine komplette Rüstung aus Alteisen, Stufe 3. Achso, nee, das brauche ich nicht. Da habe ich ja schon allen eine Stufe 4 gemacht, die brauchen... Okay, dann kann ich alle zerstotten. Nee, das passt immer schon besser. Also, da kannst du direkt in den Schmelzofen, wenn du drüben bist da rein. Na, ähm... Was, bäh, zieh doch mal unbedingt Schmelzöfen, die sind immer noch am Laufen hier. Naja, die sind immer noch am Laufen. Achso. Die mache ich so. Naja, gut, wenn kein Neues so, dann hat mir auch nichts passiert hier. Und das ist dann, das ist dann, das ist... So, okay, da nochmal Bücher, da zack. So, dann das nochmal zerlegen. So, die sind alle noch am Laufen, okay. 100, nee, den habe ich gerade erst wieder angemacht. 168. Alter, da war, da war nichts mehr. Also, da war kein Holz mehr drin. Achso, 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 alles klar. Was soll man mit einem Händler hier, wenn er nichts hat, was ich brauche? Als Anfangshändler war der gut. Ja, zum Questen ist der gut, aber zum Kaufen, weiß ich nicht. Naja, nein, als Anfangshändler, also als Erster quasi, ist er gut, aber die kriegt halt erst wann nach Dingbums oder wann kommt da Nachschub? Ich glaube, alle zehn Tage vielleicht. Ja, ja, gut. Ja, aber dann müssten wir doch theoretisch schon. Ja, und man... Achso, warte mal, wie hieß das jetzt? Wollte ich mal gucken, wie das Ding heißt eigentlich. Man konnte ja auch diesen Job verbessern, oder? Oder war das... Hatten sie das rausgenommen? Job verbessern, okay, okay. Das nicht. Naja, dass man... Also, früher hieß es diese Security-Sachen, also diese Safe-Sachen. Das hatten sie ja rausgenommen. Aber vielleicht haben sie das umgeändert, dass man jetzt eben mehr Sachen kriegt durch irgendwas anderes. Besser verhandeln, lass mal gucken. Achso, stimmt, ja, diese Skin-Ummenste, ja, jetzt... Aber da steht, du bist ein Schlitzer und zahlst nie den vollen Preis. Du steigst 5% besser aus Geschäft mit Händlern. Aber nee, das sind bloß die... Das sind nur die, die... Dass du mehr Geld rauskriegst oder weniger zahlen musst. Ja. Ja. Ja, 31 Tage, außer ich stelle es anders ein. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf was ich es eingestellt hatte. Ich habe es, glaube ich, abgeändert. Nicht auf 30 Tage. 10 oder 20 oder 15. Irgendwie so war das. Irgendwie so. Genau, jetzt gucke ich nochmal in die Werkbank. Ja, hier hat es jetzt die 7 Stahlwandschränke drin, ne? In der Werkbank. Melle. Was? Du sollst die Dinger halt dann draus machen. Stahlwandschränke sind 7 Stück in der Werkbank. Ach, ich habe das. Ja, okay. Alles gut, deshalb habe ich gesagt, Melle, weil ich kann damit ja nichts einmachen. Du bist ja die kreative Einbau. Werkbank. Ich bin gerade irgendwie mit dem Kopf ganz anders. Entschuldigung. Hm, solange du nicht im Bett bist, ist es in Ordnung. Nee. Nee, hat sich nicht geklickt. Wir haben morgen nämlich frei. Oh. Ja, so noch. Habt ihr etwa Urlaub? Ja. Ja, endlich. Ja, es sei von Herzen müde. Okay. So, dann nehmen wir mal da die Lefte raus. Und das drüben Mund drauf. Was denkst du denn? Trinken? Fertiges Essen? Rutscht oder wie sowas? Hm. Wie viel brauchen wir denn da? Ach so meinst du das? Okay. Also am besten eine fürs fertige Essen. Ja. Eine für... Wie viel passt denn da eigentlich rein im Gegensatz zu diesen... Ja, guck mal. Bist du zu... Ja? Drei. Eine fürs Essen, eine fürs unfertige Essen und eine fürs, äh, fürs Trinken. Okay. Und diese Arten packe ich einfach irgendwo dazwischen rein. Also, weil die Brat, da brauchen wir keinen riesengroßen Fuchs für. Okay. Finde ich jetzt mal so, sage ich mal, bei mir unnächeln leicht. So. Freue mich auch schon auf den Bohrer-Ernwand. die anderen konnte ich an malen aber die kann ich nicht an okay ich habe die kann ich nicht einmal das geht ich habe die kann ich nicht einmal das ging glaube ich nie noch das ging für den schubladen konnte ich an aber die haben jetzt so komische damals konnte ich sie an stützt nicht ein oder ist immer das loch in der wand drinnen da mal was was vorbeikommt ja entschuldigt das stimmt weil es war ist viel eisen unten das ist echt krank ja 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 auf den fall nitratpulver habe ich ja auch gerade schon gefunden hier unten sehr gut kohle nitrat eisen was will man da mehr gute frage eine chemie guten abend raskier so ach mist mich fiel gerade ein dass ich ja noch zwei punkte gekriegt hatte hier ja stimmt punkte verteilen ja das war beute ich brauche altpapier eigentlich muss wieder wahrnehmung steigern ja oh warte mal 2000 stein das ist drei gut ja verwerter au ups Ups. Auf der Anfahrt auf der Autobahn. Wui. Oh, was ist denn da? Oh, seid ihr eine kleine Horde? Was ist das? Der Glaubekopf. Der Glaubekopf hat wieder einmal im Kopf. Äh, tschö. Boah, schon knapp 15.000 Eisen gerade hier gesammelt. Okay, Z. Ja, es geht hier echt. Bloody Karotting. So muss das sein. Das sieht schon geil aus, wie die mit dem Deckel auch ein Problem haben. Vor allem, wenn sie noch Riesenköpfe haben. Das ist auch geil. Ja, das stimmt ja. Das stimmt. Okay, die steht nicht mehr. Doch. Mensch, jetzt hat sie aber verzögert. Genau, steckt es aus, gell? Eine Leichenbestatter-Schublade war es damals. Ja. Stimmt, stimmt ja. Die hat man ja bei den Bestattern auch so gesehen, gell? Und die sahen wesentlich an. Und die konnte ich anmalen. Aber jetzt ist sie nur noch Deko. Ah, okay. Schade. Mhm. Ich hab grad gesehen. Na ja. Alter, das Eisen ist kein... Was ist das? Ah. Ihr seid gemein. Ist da grad jemand unterwegs? Äh, ja. Aber... Ich bin grad bei einer Erz. Dann fahren wir gespät mal Erz. Boah, okay. Oh, einen Rohdiamanten gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Na super. Jetzt hab ich den einen mitgenommen, den du reingetan hast. Ja. Ja, gut. Bam, bam, bam. Äh, hallo? Wo ist mein Ausgang? Da. Den haben wir dir überhaupt auch gut. Ah. What? Nö. Oh, ihr Bücher, ihr kommt zu mir. Eine Minute, dreißig. Ach, gut. Dann hauen wir uns doch jetzt ein... Ne Melasse rein. Ach ja, warte mal. Ich wollte die... Ja, die Homebase fertig machen. Und dann laufen wir zu. Ja, ich wollte das mal. Ich wollte das mal. Untertitelung des ZDF, 2020